Wir wollten heute einfach gewinnen. Wir wussten, dass es heute alles andere als leicht werden wird. Island zu Hause. Die wissen auf jeden Fall auch, wie man verteidigt und schmeißen sich immer in alles rein. Von daher war uns schon klar, dass es heute nicht leicht werden wird. Ich denke, es war ein Arbeitssieg. Aber am Ende haben wir die drei Punkte und das war natürlich das Wichtigste. Ja, ich glaube, dass die äußeren Bedingungen hier vielleicht jetzt nicht die einfachsten waren. Island natürlich auch vor heimischem Publikum vielleicht noch mal ein paar Prozent mehr drauf packt. Und ja, die Anfangsminuten waren super gut. Da müssen wir das Tor machen. Dann läuft das Spiel ganz anders. Leider haben wir es nicht geschafft. Sind dann ein bisschen in den Straucheln gekommen. Ein Elfmeter hilft natürlich immer. Aber wir sind froh, dann 2-0 zu gewinnen.